Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von FIFA 16 mit unserer Karriere von 1860 München. Heute, ja, gegen die DSC Arminia aus Bielefeld. Entschuldigung, im letzten Spiel haben wir einen Unentschieden gegen Kaiserslautern uns errungen. Heute spielte das Debüt von Jonas Meffert für uns zu 1,6 Mille gekommen. Ich bin ziemlich glücklich über diesen Transfer, dass wir den getätigt haben. Wir werden jetzt gucken, dass wir da noch einen dorthin holen. Über die Offensive, dann werden wir gucken und wir starten jetzt erstmal ins Spiel. Schindler über das Aufbauspiel mit Marmana. Maximilian Bittek. Dann schicken wir da Gregory Berti. Unseren kleinen, quilligen Franzosen. Wir probieren es mal mit ihm, aber schön gehalten von Wolfgang Kese. Hätten wir zwar in die Mitte spielen können, aber ich wollte es mal mit ihm machen. David Ulm jetzt hier am Ball. Und wir haben hier ein schön exzellentes Aufbauspiel. Hier schon wieder über Berti. Neckeneck. Neckeneck. Schindler. Gary Kagelmacher. Ja, David Klaasen heute von Beginn an im Spiel. Weil ja, Lewand Eiszczek die rote Karte gesehen hat, weil ich einen kleinen Blackout hatte. Oh, schöne erste Chance für uns. Das war Lindl, oder? Ja, das sah so aus wie Lindl. Aguirre, der für uns einmal bis jetzt getroffen hat. David Klaasen. Michael Lindl. Oh, schön gesehen. Aber auch schön geklärt vom Innenverteidiger. Uh, der geht weit rüber. Ah, schade Meffers. Aber schönes erstes Auftreten hier von euch. Wir wollen nicht aufsteigen. Oder wie gesagt, doch, wollen wir. Aber schön besser für uns wäre es, wenn wir mit dieser Mannschaft dann noch nie in der zweiten Liga bleiben. Oh, Tega, Alter. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann setze ich doch eine Eicher wieder rein. Alter Schwede, ey. So ein Patzer von dir. Habe ich ja beim Privatspielstand ja gar nicht gesehen. Meffers. Deggeneck. Schönes. Das war fast ein schönes One-Touch-Spiel. Das war Schupan. Ne. Wie willst du da... Sag mal, Reff. Bist du behindert oder was? Ey, das kann doch einfach nicht wahr sein. Da ein Elfer zu pfeifen. Schiebung. Ne, ey. Schiebung. Es steht da... Kommt, Leute. Das lassen wir uns nicht gefallen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir schlagen zurück. Sag mal, Klaasen. Kann es sein, dass der da gerade schneller war? Ich glaube, wir werden... Ich hoffe, es tut weh, Alter. Das gibt es doch nicht, ey. Wir haben hier Probleme mit dem Verteidigen, ja. Und die stellen sich da in jeden verdammten Ball rein, ey. Gregory, jetzt bewegt dein Hintern da hinterher, Mann. Hoher Druck offensiv. Das habe ich vergessen. Spiel doch nicht nach Ortega zurück. Spiel doch direkt auf Kagelmacher, Alter. Ich kaufe da jetzt gleich einfach mal zwischen, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Nee. Super. Ey, wie kommt der da noch dran? Ich hoffe, es hört Schmerzen. Ich hoffe es. Den Elfmeter zu geben, ey. Das war mal wieder sowas von typisch. Das ist tiefer. Und dann gibt es da kein Durchkommen, ey. 1 zu 0 zur Halbzeit, ey. Ich fasse es nicht. Ja, durch den Elfmeter, der peinlich für deine Schiedsrichterleistung war, Ref, ey. Wie soll man da aus so einer Entfernung die Hand wegbekommen, wenn der da einen anschießt? Wie? Wie? Erkläre es mir, Alter. Wir gucken jetzt gleich, dass wir jetzt gleich hier mit Jannik Kwandowski mal antreten. Gucken, dass wir uns vielleicht noch Julian Green vom Bayern München leihen. Und vielleicht dann doch noch einen zweiten Stürmer. Oder vielleicht dann, wir dann mal Mugosa spielen lassen. Da trifft er schon wieder das Aluminium. Also, komm, nimm doch schnell auf, Wittek. Kerle, Kiste, Wittek, ey. Wenn ich so langsam spielen würde, hätte man mir schon sofort geköpft. Hätte ich sofort bei uns in der Kreisklasse einen Kasten ausgeben müssen. Ich war so sneaky. Das wird unser Eckball geben. Das wird unser. Und wenn es das letzte ist, was ich tue, ich treffe hier noch. Ah! Wir wechseln. Wir bringen Bandowski rein. Wir bringen Dominik Stahl rein. Und wir bringen Okotki rein. Vielleicht kann der uns ja doch noch helfen hier. Das gibt Ecke, das gibt Ecke, das ist unser. Jetzt kommt schon, Leute. Ja, klar, und da pfeifst du nichts. Ja, ey, Ballsperrung. Treff, langsam wird es echt lächerlich mit dir. Langsam wird es wirklich lächerlich, ey. Da war auch schon die Hand wieder im Spiel. Ich fasse es nicht, ey. Wie wir vom Schiedsrichter hier betrogen werden. Wie wir hier einfach nur gefickt werden vom Schiedsrichter, ey. Das gibt es doch nicht. Wie kann man den nicht reinmachen, Lidl? Wie kann man den nicht reinmachen, Alter? Wie geht das? Und wenn wir jetzt hier so weitermachen, dann kriegen wir bestimmt gleich noch ein Tor rein. Ich fasse es nicht, ey. Ich werde im nächsten Spiel, wenn wir das hier verlieren, werde ich dann mit Vitus Eicher drangehen. Ich hoffe aber zumindest, dass wir hier noch einen Unentschieden rausholen. Wie der Hesel hier einfach mehr Torhüter ist wie bei uns, ey. Nein, ey. Nein, ey. Alter. Ey, da geh doch drauf, Neffa. Da geh doch drauf, ey. Da geh doch drauf, ey. Ach so, auf Zeit spielen, was? Wollte also. Geht doch! Sauber, Rubin! Sauber, Okoti! Sauber! Boah! Schön! Ne Stingen, Alter. Schön angenommen, schön gedreht und dann hauen wir den Ball rein. Sauber, Okoti. Ich glaube, wenn ihr jetzt noch weg seid hier nach dem Spiel, dann werde ich da auf jeden Fall noch nach dem Spiel holen. Weil das kann so nicht abgehen. Da sperrt der ohne Ball, Rev. Sperren ohne Ball. 1-1 schon wieder, ey. Ich krieg hier langsam die Katze, ey. Ein Elfmeter, der gar nicht sein sollte, ey. Rev, schwächliche Leistung von dir. Ich glaub hier langsam echt, dass mein Schwein pfeift, ey. Und dann geht's jetzt als nächstes auch noch gegen Freiburg, ey. Davy Klaasen. Ja, für 500, ne Brescher. Galt hier. Kann ich mit leben. Icy Sack ist vorbei. Ich guck jetzt noch das von Julien Green Line. Na, wo haben wir denn? Da haben wir doch den Julien. Ja, er steht auf der Leihliste, den hätten wir gerne. Für zwei Jahre. Wenn wir dürfen. Julien Green momentan richtig gut. Beim FC Bayern besonders in den Vorbereitungen spielen. Ich hoffe, dass dieser Junge mal endlich die Anerkennung bekommt, die er verdient. Wir sind doch kein Konkurrent, Mann. Ja, Rubin. Ich werd gucken, dass wir dich jetzt hier spielen lassen. Lewand ist jetzt auch schon wieder mit dabei. Wir werden das auch so stellen. Wir werden Dominik Stahl da jetzt mit reinziehen. Wie gesagt, ich werd's jetzt mal mit Vitus Eicher probieren. Ich werd das hier so machen. Ich werd dann jetzt gucken, dass wir hier jetzt noch was fürs Rechte bekommen. Von der Leihliste der Bundesliga. Warte. Oder wir gucken jetzt einfach so mal hier bei der Bundesliga nach. Fürs Rechte Mittelfeld. Einfach nur zu leihen. Zu verleihen, dann gehen wir hier jetzt mal in die Bundesliga. Passlack. Für den Green bekommen wir ja leider nichts. Okay, da ist nichts zu holen. Dann gucken wir doch mal hier in der französischen ersten Liga. Camara, Maxim Lopez, da ist leider nichts. Serie A, auch nichts. Gucken wir jetzt noch hier in Spanien. Wenn nicht, dann gehen wir uns hier noch einen aus Polen holen. Einen rechten Mittelfeldspieler. Wir gucken jetzt hier noch nach. Nabil Chadi nur. Wir holen uns einen aus Polen. So. Rechtes Mittelfeld. Auf nach Polen. Sind zwei Monate sicher noch hin. Dann gucken wir jetzt mal hier, was wir uns hier holen. Und wir könnten uns hier Matteo Schmack holen. Den sein Vertrag läuft sogar in elf Monaten aus. Das heißt, gucken wir mal wie lange der. Neun Tage. Kamil Masek. Gibt es hier sonst noch was? Thomas Zajac. Okay, rechtes Mittelfeld. Wir gucken jetzt noch mal nach. In der zweiten Bundesliga, dass wir da jetzt noch mal was geschwächt bekommen. Schanturia ist leider erst gerade gewechselt. Ben Halloran. Unabulu. Im Verein seit 2016. Gucken wir den noch mal rein. Neun Tage. Sebastian Kerk. Der ist leider verliehen. Ne, doch nicht. 2013. Salim Khalifi. Robert Leipatz. Leipatz wäre auf jeden Fall jemand da, wo ich sagen würde, yo, sofort. Der wird unser Spiel beleben. Aber das im nächsten Part. Ich sag jetzt erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Macht es gut. Und share it up.